Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um nachzukaufen und ist der Boom in der Halbleiterbranche endgültig vorbei? Dazu habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch am Ende. Ein Unternehmen, das mit einem Kursziel von über 50% aktuell von sich aufmerksam macht und gestern auch bei den Top-Gewinnern in Amerika dabei war. All das heute in Kerstins Kurse. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herr Kühne, ich hatte gelesen, glaube ich, bei Statista war es der zweitreichste Mann Deutschlands und laut Bloomberg war es sogar der reichste Deutschlands. Nagelt mich da nicht fest oder falls ihr da eine andere Information habt, tippt es gerne in die Kommentare. Zumindest Herr Kühne, bleiben wir beim Thema, hat hier mit seinem Unternehmen Kühne und Nagel einen großen Batzen Lufthansa-Aktien wieder dazugekauft und seine bisherige Beteiligung von um die 10% jetzt auf 15% aufgestockt. Und Herr Kühne ist damit dann auch der größte Einzelaktionär bei der Lufthansa. Das dürfte ihm auch einen Platz im Aufsichtsrat einbringen, aller Voraussicht nach. Und Herr Kühne versucht natürlich nun mit dieser Einflussnahme auf Lufthansa auch die Verbindung, die es eh schon gibt zwischen Kühne und Nagel und Lufthansa Cargo vielleicht noch mehr verschmelzen zu lassen, um dann hier weitere Synergien abzuschöpfen. Und die Lufthansa hat ja zuletzt eher von sich aufmerksam gemacht oder von sich reden gemacht, dass sie Flüge gestrichen hat, 2200 Flüge wurden gestrichen, dann nochmal 900 Flüge obendrauf. Alles im Juli und August in der Zeit, wo wir doch alle gerne wegfliegen wollen und mal in den Urlaub fliegen wollen. Und das belastete natürlich in den letzten Tagen die Lufthansa-Aktie. Dazu hat man jetzt ganz kurzfristig für die nächsten Tage noch einmal 19% der Flüge aus dem Programm genommen. Und ein Unternehmenssprecher hat gesagt, man möchte den Druck aus dem System nehmen. Ja gut, den Druck aus dem System nehmen, wenn die Leute dann zu Hause bleiben und auf ihrer Reise sitzen bleiben und dann doch nicht fliegen. Ich weiß nicht, ob das dann so die gute englische Art ist, an der Stelle hier Druck aus dem System zu nehmen. Sei es drum, die Lufthansa hatte ja vor und während der Pandemie jede Menge Mitarbeiter rausgeschmissen und auch teilweise über Abfindungen dann versucht, ihre Personaldecke deutlich auszudünnen. Jetzt steht man, und das ist eins meiner Meinung nach der größten Probleme, die die Lufthansa aktuell hat. Man steht eben vor diesem Personalproblem, schafft es gar nicht so schnell, wieder neues Personal in das Unternehmen zu holen. Und der zweite große Punkt, den die Lufthansa vor sich hat, ist natürlich die Energiekrise. Wird der Ölpreis wirklich auf 65 Dollar fallen, so wie es ja die Citigroup vorhersagt, oder so wie es JP Morgan war, glaube ich, hatte gesagt, der Ölpreis wird auf 200 Dollar steigen. Wenn das natürlich passiert, wäre das wirklich ein halber Schlag auch für die Airlines und auch für die Lufthansa-Aktie, die ja eh schon eher gebeutelt ist. Wenn wir uns nachher den Chart anschauen, dann sieht man, was ich damit meine. Die Lufthansa an sich ja ein Unternehmen, was zuletzt immer noch Verluste geschrieben hat und wenn wir uns die Kapitalstruktur anschauen, dann sehen wir, mit einem Gesamtvermögen von 42 Milliarden kommt die Lufthansa daher und 38 Milliarden davon sind Fremdkapital. Also das scheint mir aktuell keine so gute Wahl zu sein, hier bei der Lufthansa langfristig einzustellen in dem aktuellen Umfeld. Herr Kühne macht es trotzdem, kauft nach und ob er damit auf dem richtigen Pfad ist, können wir uns hier einmal im Chart anschauen. Der Monatschart, die Lufthansa-Aktie, ihr wisst es vielleicht, im Bereich der 5-Euro-Marke, dort gibt es diese horizontale und sehr starke Unterstützung. Aber wir sehen auch, wie die Aktie hier nach unten fällt und einfach sich nicht mehr lösen kann von dieser Unterstützung. Und wenn wir das Ganze nochmal im Tageschart uns anschauen, dann ist das doch wirklich so, vielleicht kann man es sogar auch im Wochenschatz besser noch sehen, genau, das ist doch hier die hässlichste aller Bärenflaggen, die man sich nur vorstellen kann. Also der Markt wird einmal ausverkauft, dann bleibt die Aktie liegen, wird ein zweites Mal ausverkauft, bleibt nochmals liegen und kommt jetzt wieder an die 5,20 Euro-Marke heran. Spekulativ, klar, 4,80 Euro für eine kurzfristige Bewegung wäre das schon gut, aber wenn die Aktie es nicht schafft, die 200-Tage-Linie, die läuft aktuell bei 6,50 Euro, wenn die Aktie es wirklich nicht schafft, die 200-Tage-Linie nach oben rauszunehmen, dann droht eher Schlimmes und dann kann Herr Kühne auch nochmal günstig nachkaufen, denke ich, weil dann hat die Aktie auch das Potenzial, diese große horizontale Unterstützung dann nach unten noch einmal bärisch aufzulösen und wir würden dann deutlich tiefere Kurse sehen. Wisst ihr, eine Bodenbildung in dem Bereich ist wirklich erst abgeschlossen. Erste kleine Anzeichen, wenn die Aktie die 6,60 Euro hier nach oben rausnimmt und dann muss sie über die 8 bzw. über die 9 steigen, das wäre dann letztlich auch die Marke, die hier dafür sorgen kann, dass die Aktie diesen großen hässlichen Abwärtstrend beendet und wieder nach oben kommt. Also langfristig gesehen erst die 9 rausnehmen, dann hat die Lufthansa eher einen Boden gefunden. Kommen wir zum zweiten Thema und das ist die Halblätterbranche und hier schauen wir vielleicht intensiv eher auf Infineon. Jefferies hatte ja kürzlich ein Kursziel ausgegeben bei Infineon von nur noch 18 Euro und hat gesagt, Infineon ist für Jefferies ein Anderperform-Kandidat. Die Nachfrage lässt nach bei Halbleitern und das wirkt sich auch auf die Situation bei Infineon aus, auf die Gewinnsituation und auf die Umsatzsituation. Man sieht den Abwärtszyklus erst Mitte 2023 beendet und deshalb rät Jefferies davon, Finger weg von Infineon, diese Aktie ist im Moment nicht das Richtige. Auf der anderen Seite gibt es Analystenhäuser wie zum Beispiel die Credit Suisse oder auch UBS, die Infineon eher im Bereich um 48 bis 49 Euro sehen und sagen, absolute Outperformer. Wir sehen hier einen weiteren Boom im Halbleiterbereich. Die Nachfrage geht zwar aktuell zurück, aber warum? Weil ein großer Abnehmer der Halbleiter, die Autoindustrie, aktuell gar nicht so viele Fahrzeuge im Moment fertigen kann, wie sie gerne möchte und wie es der Markt am liebsten gerne hätte. Aktuell nehmen ja die Kunden eher lange Wartezeiten in Kauf. Das ist nicht nur bei Tesla so, sondern eben auch bei den anderen namhaften wie VW und bei BMW zum Beispiel. Und gerade was dann die Autobranche angeht, sehen wir doch einen Switch von Verbrennermotor hin zu E-Mobilität. Und im Bereich der E-Mobilität wird es zusätzliche Chips brauchen, um diese E-Fahrzeuge entsprechend zum Laufen zu bringen. Ein Herr Adrian, heißt er glaube ich, nee, Herr Adam, der für die Chips bei BMW verantwortlich ist, hat gesagt, in einem Verbrennermotor sind Chips verbaut für 600 Euro und in einem E-Auto für 2500 Euro. Und dazu passt, dass BMW gerade frisch seine Absatzzahlen für das zweite Quartal gemeldet hat, was die E-Fahrzeuge angeht und hat hier eine Steigerung von 85% vermeldet auf 40.600 Fahrzeuge. Das zeigt also nochmals diesen Switch und damit die Gegenseite zu dem, was Jeffries sagt. Die E-Mobilität könnte wirklich dafür sorgen, dass der Run auf die Chips und der Mangel bei den Chips weiter anhält und wir demzufolge eher vor einem Boom-Zyklus stehen, der mindestens bis in das Jahr 2023, 2024 hineinreicht und damit bis in diese Jahre hinein dafür sorgen wird, dass es weiter einen Chipmangel gibt weltweit. Dazu kommen natürlich dann auch noch die Rohstoffprobleme, die man dann hat, um diese Chips auch herzustellen. Darauf, was Silizium etc. angeht, gehe ich gerne in einer anderen Sektion und in einem anderen Video dann nochmal intensiver ein. Bleiben wir bei den Chips und schauen uns dann an, was Infineon zuletzt vermeldet hatte. Im Mai hatte ja Infineon sogar gesagt, man sieht für das Gesamtjahr und hört, hört, sogar einen stärkeren Umsatzwachstum. Man hatte 13 Milliarden prognostiziert und hat dann gesagt im Mai, wir sehen 13,5 Milliarden, hat also seine Umsatzprognose sogar noch etwas angehoben. Und was auch sehr wichtig ist, die Marge konnte ebenfalls angehoben werden. Man hatte bisher gesagt, man rechnet damit, eine Marge von 22 Prozent zu erreichen. Jetzt sagt man, diese Marge werden wir überbieten und werden oberhalb von 22 landen. Also positive Meldungen von Seiten Infineon. Und wenn ihr an die Automobil, an den Switch in der Automobilindustrie glaubt und denkt, dass auch die E-Fahrzeuge hier den Markt übernehmen werden, dann kann Infineon eine interessante Möglichkeit sein an der Stelle. Und deshalb schauen wir uns auch noch einmal den Chart von Infineon an. Auch hier sehen wir, wenn wir uns das langfristige Bild anschauen, dass Infineon, wie viele, viele andere Aktien auch, im Moment schon an einer echt, echt starken Unterstützung angekommen ist. Von diesem gesamten Anstieg hat Infineon jetzt aktuell die 61%-Tracement-Marke erreicht, die in der charttechnischen Betrachtung eine starke Unterstützung ist. Und dazu kommt, dass wir hier das, was ehemals diese Hochpunkte waren, um diese Marke kämpft Infineon jetzt aktuell, hat das natürlich schon einmal kurz nach unten aufgegeben. Aber dieser knappe Rücksitzer, und wir sind ja gerade einmal am 8. Juli, die Monatskerze ist also noch längst nicht zu Ende und sie kann noch wieder zurückkommen über diese horizontale Unterstützung. Und das wäre dann eher ein Zeichen dafür, dass der Boden an der Stelle erreicht ist und Infineon wieder nach oben streben kann. 18 Euro im Übrigen sind nun auch nicht mehr weit entfernt. Das, was Jeffries als Kurs C ausruft, also ein interessanter Bereich, auch für mögliche Stops. Und dann im kurzfristigen Zeitfenster, klar, Infineon hat hier eine bärische Konsolidierung gebildet und diese nach unten auch aufgelöst. Das hier war die Hauptformation und dann wurde das Ganze über diese bärische Formation nach unten aufgelöst. Und dazu bildet Infineon aktuell noch im ganz kurzfristigen Bereich hier eine horizontale Widerstandsmarke aus, die mit der 20-Tage-Linie zusammenfällt im Bereich um 23.30. Und sollte es Infineon gelingen, diese Marke jetzt zu erreichen und auch kurzfristig zu halten, dann kann der Ausbruch auf der Oberseite dazu führen, dass wir nicht nur in Richtung 25 laufen, sondern gerne in Richtung 27 an diese ehemalige fallende Trendlinie laufen. Das muss Infineon jetzt zeigen und muss uns auch beweisen mit den nächsten Quartalszahlen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, was das Ergebnis für das Gesamtjahr in diesem Jahr 2000 angeht. Und wir kommen dann gerne zum dritten Thema und das dritte Thema, ich habe es euch gesagt, ein kleines Fintech-Unternehmen, das gestern an der US-Börse auch mit einem großen Gewinnanstieg pumpen konnte, was den Aktienkurs angeht. Ich habe es mir dann einmal genauer angeschaut. Es ist praktisch ein Unternehmen, welches auch Kredite anbietet und deshalb wird es sozusagen als schlechte Bank bezeichnet auf der anderen Seite sehen Analystenhäuser auch einen Fintech-Anteil in diesem Unternehmen und deshalb sagt man, das ist doch komplett unterbewertet. Hier die zuletzt rückläufigen Aktienkurse sind nicht gerechtfertigt. Wenn ich mir anschaue, ob das Unternehmen schon etwas verdient oder nicht, dann muss ich euch sagen, im Moment schreiben die noch eher rote Zahlen und deshalb aus der Richtung für die aktuelle Phase eher vorsichtig. Vielleicht, wenn man die Chance im Markt hat, kann man das Ganze mit einem kleinen Geld und demzufolge einem kleinen Risiko versuchen, denn die Chance im Markt, ihr wisst es, ist dann besonders groß, wenn die Aktien schon stark ausverkauft sind und man vielleicht an einem Wendepunkt angekommen ist. Und deshalb schauen wir einmal auf den Wert, den ich euch mitgebracht habe, SoFi Technologies und wir sehen hier, was ich ansprach, diesen starken Ausverkauf. Aber im Bereich der 5-Dollar-Marke schafft die Aktie jetzt hier einen kleinen Boden auf der einen Seite zu bilden und dazu, wenn wir uns das Ganze noch intensiver anschauen, dann sehen wir hier auf der Unterseite eben diesen angesprochenen möglichen zweiten Boden und jetzt gibt es hier eine schöne Konsolidierung. Mit der Bewegung von gestern plus 6% schafft es die Aktie wieder über die 20-Tage-Linie zu springen. Was zuletzt passiert ist, nachdem dieser Sprung gelungen ist, seht ihr hier, wie es dann in der Folge einen ordentlichen weiteren Kursschub gab von 19% in gerade mal 7 Handelstagen, obwohl die Aktie davor schon gestiegen war und jetzt im Moment sieht es so aus, als wenn wir hier eine zweite kleine Konsolidierung bekommen. Ein spekulativer Ansatz wäre, schafft es die Aktie hier, diesen Widerstand wirklich nachhaltig nach oben rauszunehmen. Sind kurzfristige Rücksetzer hier auf die 6,20 charttechnisch gesprochen und aus Trading-Sicht kurzfristig interessant, um den Kurs wieder in Richtung 7,50 zu bringen? Wie komme ich dazu, überhaupt von 50% Kursziel zu sprechen? Der Analyst, der hier dafür sorgte, dass es zu diesem kurzfristigen Anstieg kam, hat ein Kursziel von 9 Dollar ausgerufen auf dem aktuellen Niveau von gestern in Richtung 9. Gut, sind wir bei 43%. Ich habe das Ganze von dem vorherigen Schlusskurs genommen und deshalb diese 50%. Sei es drum, ihr seht es mir bitte nach. Spekulative Aktie, hier kurzfristig Konsolidierung oder Ausbruch Rücksetzer und dann abgeht die wilde Fahrt. Sehen wir, was draus wird. Bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und damit soll es das von meiner Stelle für heute hier gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu!